Ja, willkommen zurück bei Star Wars Republic Commando. Wir gehen hier auch sofort weiter. Ach, die sind geflüchtet. Go! Start schon. Ja, egal. Jo, ähm, ja. Ich lade besser mal nach. Die Trandos warten auf uns. Achten Sie auf Hinterhalte. Schein Sklavenhändler zu sein. Bro. Das war's auf mir. What? Fuck. Kann ich mir nicht hinkommen. Na du Spacko. Kann ich mir nicht hinkommen. Noch irgendwer. Ne. Gut. Habe ich schon gesagt, dass ich diese Schrotfinte liebe? Ich glaube schon 10.000 Mal. Wow. Zack. Alles. Zack, dich. Komm her. Komm. Ah. Fähig. Also Munition kann ich mir ja auch noch verreden. Kandoschanische Umgebungsmine. Unangenehm. Mhm. Unangenehm. Schnell entschärfen. So. Alles auf. What the fuck. Facko. Stirb. Okay. Mal hier weiter. Wow. Wie bitte, Sir. Ich hab Sie nicht verstanden. Äh. War wohl nur eine Verbindungsstörung. Ach. Da kommt noch einer. Hier, ne. Hier. Spacko. Geh eigentlich schon von... Wow. Genau. Alter, Alter. Na, die äscher mich jetzt nicht sonderlich. Aber ist trotzdem störend. Hm. Diese Minen sind tückisch. Aber auch die sind schärft. Okay. Problem. Hier, komm her. Ja, Mann. Und zack. Ach, scheiße. Scheiße. Ach, gut. Nachladen. Noch eine Barrikade. Diese Echsen gehen mir langsam auf den Wecker. Was ist hier? Ja. Ja. Och, Mann. Ich dachte, hier zu schön... Ach. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Ach, jetzt kriegen wir auch kein Leben abgezogen. Zack, kriegen wir Leben abgezogen. Ähm. Rückzug! Ja, Sir! Und dann noch eine Waffe hier nehmen. Gebiet gesäubert. Hoffentlich. Hoffentlich. Alter, hier überall... So, alles ist das. Leicht. Achtung! Wir brauchen Verstärkung! Da, Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Stirb du kein Blödikar! Mhm. Guck mal, was ist das? Ach du Kacke, was ist das? Weg, weg, weg! Hm. Das gefällt mir nicht. Was habe ich denn? Ah, gut. Die Dornaten habe ich noch. Wo kommt der jetzt? Ich glaube, von da. Ja. Geh nur hier mit starken Geschützen dran. Also, der hat einen Minigun in der Hand, ja. Hm, ich will jetzt auch nicht rausgehen. Wo ist eigentlich kein Bock drauf. Spieken mal. Ja. 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 Scheiße. Das war mal wieder typisch. Fuck. Okay, der kommt. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Boah. Alter Schwede. Echt kein Bock gegen so einen zu kämpfen. Ganz ehrlich. Nee. Hm. Jetzt fragt sich nur, ob der kommt. Ich will nicht sterben. Nee, ich will nicht nochmal gegen den Teil. Alter. Spicken. Okay, ich glaube, ich kann raus. Granate vor. Ja, Mann. Und es war ganz sicher kein Sklavenhändler. Roger. War vermutlich ein schwerer Angriffssöldner. Tandoschanische Elitekämpfer. Ich hab gehört, dass sie mit LS-150-ACP-Repetiergewehren ausgerüstet sind. Sie haben richtig gehört. Eklige Waffen. Ja. Oh Gott. Der erste schwere Gegner hier. Auf diesem Schiff. Naja, die Eidex sind auch scheiße nervig. Aber nicht stark. Sondern nur nervig. Und hier will ich kurz mal Heilung. Da. Ja, sorry, wenn ich hier oft zurückgehe. Weil ich hab hier gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß zwar so ungefähr, wo ich lang muss.